Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es Highlights und zwar von der Solo-Hypenheit, die ich am Samstag gespielt habe. Wenn ihr solche Events mal live sehen wollt oder mich generell live sehen wollt, dann checkt doch gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Dort kommt ihr nämlich zu meinem Twitch-Kanal und ihr könnt natürlich dort gerne auch ein Follow da lassen. Außerdem lasst auf diesem YouTube-Kanal gerne ein Abo da. Wir sind auch schon auf dem Weg zu 250 Abonnenten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das zeitnah schaffen könnten. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt dieses Video. Würde mich auch extrem freuen und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit den Highlights. Alter, warum hatten die alle so viele Mets? Alter, warum? Alter, warum? Alter, warum? Alter, warum? Alter, warum? Oh! Get shit on! Ey, wie keiner ne Pampa! Ah, doch hier. Ich könnte was sagen, ey. Ey, ich feier den Spot hier. Oh, ich hab einen Punkt, Junge. Maybe I don't understand it. Aber Ragen ist halt auch keine gute Option. Du bist noch ein junger, fresher Dude. Aus dem noch was werden kann. Nein. Du hast mir gesagt, komm eins gegen eins, Junge. Vor deinen Earnings hab ich noch nicht gehalten. Boah. Aber ich muss sagen, meine Boxfight-Skills und Häuser-Fight-Skills sind mittlerweile deutlich besser geworden. Meine auch wieder. Also, ich hab ja... Also, ich war halt nie wirklich wert, aber... So, wenn ich... Wenn ich nicht gerade Raged bin, soll ich machen, dann läuft's eigentlich immer. Oh! 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 Und... Oh! Und... Und dann... Oh! Oh, Digga, von allen Seiten. Oh? Er hatte einen Fisch oder was? What the fuck? 3 HP. What? Ich hab ihm 70er auf White gegeben. 50er auf White. Achso, ich dachte, du wärst gelieft. Oh, 105er. Warum hat... Warum macht der Gegner nicht mal Damage daran? Er ist auch ein Fehl gewesen. Aber nee. Oh, 105er. Kuss, kuss. Ich versteh's nicht. Wie kann Epic Games nicht so hart? Ich fähl doch voll viel rein. Okay, eigentlich nicht. Oh, 11er ERM und nur noch. Wird schwören können, aber da drin. Oh, Digga. Kann ich nicht mal einen einzigen Kill machen? Danke, danke, danke. Fick dich, du Victor. Genau, 150 Minus und deine Nades kommen schlecht. Oh, ich weiß. Oh, ich weiß. Okay, Gombe match. Ohh. Pause. No way. Jawoll! Check nicht, wie der mich geholt hat. No. Ich habe auch gar keine Motivation mehr jetzt zu spielen. Jetzt spiele ich noch Sch- Oh mein Gott, was? Nein, Roboter-Korbi. Doch. Roboter-Korbi. Ich müsste aber jetzt so nerven. Nervt dich nicht. Nervt dich nicht. Hä? Klos. Hast du nicht, Lars hat gerade zwei Lamis gefunden. Bei beiden hat er den Trick an. Natürlich. Hast du nicht sein Schuh geguckt? Natürlich schaue ich sein Schuh. Ja, bis zu sehen. Ja. 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 Ja.